Ich überlege gerade, wie wir es am besten machen. Nun, das nutzlose Adamantium-Schwert. Das ist ein bisschen stärker als unser Bassor-Klingel, aber ist leider nicht cool genug. Das nehmen wir auseinander und machen daraus dieses anti-böse Geisterschwert. Und dann mal sehen, die Ring-Axt ist ja nun mal das stärkste, was wir zur Zeit haben. Ja, aber der Speer, der Speer hängt irgendwie viel zu weit zurück. Also nehmen wir am besten den Speer auseinander und versuchen da mal unser zweites Erz reinzusetzen. Also mal los. Naja, erstmal allgemeine Reparaturen. Und dann müssen wir das Adamantium-Schwert auseinandernehmen. So, zerhackt. Und den Vortex-Sperr nehmen wir auseinander. Unser Kettensägenschwert und unsere Kreissägen-Axt behalten wir natürlich. Aber jetzt können wir kreatifizieren. Erstmal brauchen wir... Naja, Horns of a Lightning Beast. Das können wir natürlich ausprobieren. Aber erstmal... Ding, 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 ding und... Bomm! Bling! Na, was haben wir jetzt bekommen? Diabolic Cutlass. Schauen wir mal an, was... Ah, der Diabolic Cutlass. Soll das den bösen Geist austreiben? Ach ja, jetzt müssen wir Tomei nur noch seinen Zauber drauf aussprechen lassen. Er sollte dann im Fischteich sein. Okay. Gut, Story haben wir gemacht. Jetzt gucken wir uns die Waffe mal an, die wir da gemacht haben. Ähm, naja, von Natur aus schon viel besser als... Äh, das Adamantium-Schwert. Schade nur, dass wir damit anscheinend nichts machen können. Aber wir können da jetzt noch dafür sorgen, dass wir auch mal einen ordentlichen Speer kriegen zu unseren ordentlichen sonstigen Waffen. Und dazu nehmen wir das teuerste Erste, das wir haben. Mal gucken wir mal, was wir jetzt hier für eine schauerliche Anti-Dämonen-Waffe kriegen. Bling! Ja, aber was ist das denn jetzt? Zeig schon, zeig schon. Diabolische Halberde. Oh, ja, wow, ey. In der Hölle sind wahrscheinlich die Leute von beim Vatikan, die da rumstehen. Die Schweizer Garten, die haben wahrscheinlich so eine Waffe. Aber das Ding haut zumindest mehr zu als unser alter Speer. Und wir können es hier noch upgraden. Wir wissen jetzt hier sogar mit was. Wir können es zum Beispiel mit dem Fulgohorn stärker machen. Und hier mit dem Leichtmetall schneller und schneller ist für den Speer immer gut. Ja, tut mir leid, das Fulgohorn ist doch nicht so gut, wie ich dachte. Und wir sind immer, haben unsere sind immer noch nicht im Rang aufgestiegen. So, jetzt verbessern wir mal unsere Halberde hier. So, buhuhu. Jetzt ist der Malus auf Agilität kaum noch zu spüren. Und jetzt haben wir unsere Kreislegenachs für die Momente, wo wir richtig zuschlagen wollen. Und jetzt haben wir auch gleichzeitig einen Speer, der was leisten kann. Aber wir können, hey, genau, wir können das hier noch aufpusten. Und was ist mit... Nein, 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 hier wird nichts abgegradet. Ihr weiß, wie nutzlos du bist. Hier ist hier leider schon alles auf, aber wir können das Schwert hier noch. Haha. Genau. Maximum Warp hier. Confirm. Jetzt wird das Schwert noch abgegradet. Und es ist etwas schneller geworden. Jetzt ist es ein richtig schnelles Kreissegenschwert. Und sogar besser als die Waffe hier. Buhu. Yay. Buhu. So. Jetzt müssen wir die diabolische Halberde nur noch... Ach ja. Nur zur Sicherheit. Bing. Alles auf Maximum. Hehehe. Und jetzt können wir unsere neue Waffe ausrüsten. Mit Equipment. Kettensägen-Axt. Kettensägen-Schwert. Äh, Kreissägen-Axt. Entschuldigung. Kettensägen-Schwert. Neue Verteidigungsausrüstung. Und jetzt kommt dazu... Die diabolische Halberde. Juhu. Das nenne ich einen Lanzendingster. Lanzen-Axt-Dingster. Oh wow, ey. Hehehe. Wenn ich schnell sein will, kann ich jetzt auch eine richtig tolle Waffe. Und wenn ich große Reichweite haben will, habe ich eine tolle Waffe. Und wenn ich Sachen einfach nur zerschnetzeln will, hat unsere Handwerksritterin hier die perfekte Waffe. Also. Jetzt hätte selbst der Terminator Angst, sich hier entgegenzustellen. Speichern wir das mal schnell. Und danach kümmern wir uns mal um die Story. Denn die geht mir langsam auf die Nerven. Das Monsterschnetzeln ist eigentlich viel besser. Das ist das Spiel eigentlich. Das, was am meisten Spaß macht, ist neue Waffen zu schmieden und die dann an den Monstern auszuprobieren. Und wenn man will, ist das Angeln auch nicht so schlecht. Aber die Story, die kommt eigentlich nur ganz weit unten auf Platz 3,5 oder so. Weil da ist bestimmt noch irgendwas anderes, was ich vergessen habe und was mehr Spaß macht als die Story. Aber. Hey. Wenn ihr verrückte Waffen im Einsatz haben wollt. Herstellen wollt und dann im Einsatz sehen wollt, dann ist das Spiel eigentlich ganz gut. Aber alles andere. Hau weia. Ja, wir haben das Schwert gemacht hier. Hier. Nimm es. Nimm es. Wir brauchen es nicht. Wir haben viel bessere Waffen. Hier ist es. Oh, ich muss es mir mal genauer ansehen. Oh, ja. Ich kann eure Seelen von diesem Schwert kommen. Spülen. Natürlich. Das ist, weil ich mitgeholfen habe. Es sieht allerdings wie eine gewöhnliche Waffe aus. Hast du das Ding angesehen? Das ist nicht gewöhnlich. Seit wann haben Schwerter denn die lila Klinge? Natürlich. Es konnte nichts anderes als eine normale Waffe sein. Ariel hat es gemacht. Ah, ja. Wir haben es gemacht. Nun, wollt ihr jetzt, dass ich jetzt zwei Mal darüber ausspreche? Natürlich. Los, los. Wir haben tonnenweise Waffen inzwischen. Oh mein Gott. Ja, ja. Dabra Kadabra. Ich bin fertig. So, wenn du diese Waffe benutzt, dann wird deine volle Stärke und dein voller Geist damit rein infusioniert sein. Du musst diese Waffe benutzen, um den bösen Geist zu vertreiben, der Borgrim kontrolliert. Und wie sollen wir das tun? Mit Geist. Benutz deine Seele. Was? Los. Du musst einfach dein Geist in die Waffe tun und dann benutzt du es, um den bösen Geist zu vertreiben. Ganz simpel. Ähm. Ja, Ariel, das war auch meine, meine Reaktion. Oh, wie sollen wir die Geister da rein machen? Ja, 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 jetzt fangen wir mit den Wortspielen an. Nee, danke. Was? Los, zeigt eure Seelenstärke, genau. Seid einfach laut und ruft böse Sachen. Diese Sache hier. Mann, guckt hier keine Actionfilme? Ah, ich verstehe immer noch nichts, aber was soll's. Los geht's. Exorzism Blade Received. Gut, was haben wir jetzt von ihm gekriegt? Ah, ja, stimmt. Er hat's wörtlich gemeint, das ist keine echte Waffe. Das ist jetzt ein Quest-Alg-Item. Who are you gonna call? Ah, Geisterjäger. Ah, ja. Wir haben wenigstens Kitty-Batch, was immer das ist. Miau. Bloß weg hier. Jetzt müssen wir uns wieder auf den Weg nach Borgrim machen, ihm zeigen, was ne Hake ist, und dann... Dann... Ka-woom. Ah, es wird Zeit. Äh, gern. Borgrim. Borgrim ist da auf dem Weg. Wir müssen uns beeilen. Das wird wirklich immer mehr wie ein Godzilla-Film. Der schwarze Schwertmann. Was? Willst du uns wieder Ärger machen? Ha. Denkst du wirklich, du hast die Zeit, mit mir zu sprechen? Ja bitte, du bist direkt auf uns zumarschieren. Was sollten wir denn sonst machen? Was soll das heißen? Jaaah, Borgrim smash! Das, was ich meine, los jetzt. Viel Spaß in eurem Godzilla-Film. Du hast Borgrim irgendwas angetan, nicht wahr? Na jaa. Schaut es euch einfach an. Buhahaha. Hey, er rennt weg. Hey, warte. Ich mach mir mehr Sorgen über Borgrim. Lassen wir den Kerl einfach davonlaufen. Jep, den werden wir jetzt wiedersehen. Jo, belasst uns beeilen. Haak, jaak. Ja, da muss ich mich daran abreagieren. Transmitieren wir uns mal. Also gut, wo war das nochmal? Genau, Wasser vor Orteress. Und jetzt müssen wir irgendwo hin. Oh, war das jetzt runter? Runter, genau, in die Höhlen. Oh. Boah, Speicher schneller. Ah, guck mal. Habe ich hier irgendwas vergessen? Ach, hier sind die Händler. Na, was verkauft ihr hier? Na genau, nehmen wir mal so einen Stein. Polierstein. Viel mehr gibt's ja auch nicht. Was, wofür wir unser immer größeres Geld unsere immer größeren Geld berg ausgeben könnten. Die Waffen machen wir alle selbst, ja. Und jetzt müssen wir mal wieder oh, schon wieder da hinrennen. Och, oh Mann ey. Das einzig Gute ist, jetzt kann ich mal die Waffen ausprobieren. Ja, ja, hier. Kreissäge. Kreissäge ins Gesicht. Das macht Spaß. Okay. Probier ich die anderen Waffen nochmal aus und guck mal, wie weit wir es dann noch haben. Das war unser Speer. Nicht ganz so dramatisch, aber auch beachtlich. Ach, ja. Backtracking, backtracking. Und nochmal. Hast du immer noch nicht genug? Na, wir Kettensägen schweren Juuu. Ja, haha. Kettensäge ins Gesicht. Das macht Spaß. Okay, genug jetzt. Ich denke, wir schauen mal, was wir machen können, um das Ganze zu beschleunigen. Bis zum Story-Adventure. Und Transwarp. So, wir haben es endlich wieder geschafft. Ich musste einfach nur nach links gehen am Ende. Oh, Ariel. Ja. Was passiert mir? Was ist mit Borkum passiert? Er ist oben. Er Clay. Er klickt. Klettert rauf. Er will ausbrechen. Nach draußen. Nein. Borgrem ist nur ein bisschen rausgegangen für ein bisschen rumstampfen und ein bisschen Dorf zerstören. Oh, es ist Getham. Ha, ha, ha. Getham, wir hatten schon total vergessen, dass du in diesem Spiel bist. Was hast du mit Borgrem gemacht? Oh, nichts. Er war nur ein bisschen sauer, dass er hier so eingeschlossen ist. Also habe ich ihm gezeigt, wie man nach draußen kommt. Ich bin so böse. Stimmt das, Nida? Ja, er hat seine Beschwörungs-Kreatur benutzt, um Borgrem nach draußen zu locken. Das wird immer schlimmer und schlimmer. Verdammt, ey. Spiel, das machst du mit Absicht nicht, wa? Tja, ja. Wenn ich hier durchdrehen würde und irgendwas zerstören wollte, wo würde ich hingehen? Natürlich zum Dorf. Muah, ha, ha, ha. Oh nein, Cliffdorff. Was für eine Person bist du? Ich bin böse. Verdammt. Wie kannst du Borgrem sowas antun? Genau, ich liebe es, schmutzige Tricks anzuwenden, weil ich böse bin. Was? Ariel, wir müssen Borgrem aufhalten. Was ist mit diesem großen Mechanoiden-Soldaten passiert? Oh, ach ja, der war ja auch hier. Oh, das Ding wird nicht kommen, um euch zu retten. Was? Woher weißt du davon? Ha, ha, ha. Wenn der schwarze Schwertmann seine Pflichten erfüllt hat. Der ist auch böse. Mann, er ist ein schwarzer Schwertmann. Oh nein, nicht der Kerl wieder. Ha, ja, ihr Idioten. Oh, ihr habt so viele Gedanken. Genau, ja, eure tollen Pläne Borgrem zu retten gehen alle kaputt. Aber die Welt will nicht. Ha, ha, ne. Versteht ihr die Welt? Damit meine ich mich selbst. Mein Ego ist auch groß, weil ich böse bin. Oh, Ariel. Oh, das wird nicht funktionieren, Geta. Ja. Huh? Oh, ja, jetzt hol die Kreissägen-Axt raus und hau ihm den Kopf ab. Keine Sorge. Jeder hat wirklich hart daran gearbeitet, Gunwald herherzubringen. Gunwald. Oh, du glaubst ja das immer noch. Du verschwendest deine Zeit. Aber jetzt holt sie die Kreissägen-Axt raus. Ach, bitte. Oh, Gabriel, Xeride, Tatjana. Oh, bitte. Hör auf damit. Ja, aber jetzt, jetzt holst du die Axt raus. Komm, doll. Komm draus. Bring Gunwald. Ach, hör endlich. Auf mit dem Quatsch. Okay, weinen Weg. Ach, das Ketten-Sägenschwert. Aber bitte, mach auch, dass er aufhört. Sei endlich ruhig und akzeptiere dein Schicksal. Wenigstens den Speer, bitte. Sorry, dass wir so lange warten mussten, Ariel. Ach, ja. Jetzt wird's wieder friedlich gelöst. Hä? Was? Ah, ja. Toll, ne? Die Welt geht doch nicht nach deiner Schnauze, was? Volltrottel. Oh, das ist Orin. Ja, Riesenmecher zu dir, oh, yeah. Come on. Das ist unmöglich. Das ist nur ein Trick. Ha, ich dachte, du magst schmutzige Tricks. Nur wenn ich derjenige bin, der Tricks macht. Tch, schlechter Verlierer. Ich muss einfach dafür sorgen, dass Baugrim schnell zu dem Dorf kommt. Lalalalalala. Klaus, jetzt. Tja, wieso habt ihr ihn nicht umgebracht? Arrg. Jetzt müssen wir uns später wieder mit dem beschäftigen. Orin, ich öffne den Eingang. Ariel, Deiner, kommt rein. Got it. Oh, was ist mit mir? Sorry, Deiner. Es ist schon eng genug hier drin. Oh. Ach, Deiner. Ich verstehe. Es ist nicht... Äh. Ich könnte ja mit reinkommen, aber ich mag es nicht, einfach so durch andere Leute durchzugehen. Kümmert euch gut im Baugrim. Ich zähle auf euch. Keine Angst, verlasst dich auf uns. Geister, Mädel, wir kümmern uns drum. Los, alle! Weiter geht's mit der Story. Sorry, dass wir dich warten lassen mussten, Ariel. Oh ja, man sieht, wie eng es ist. So groß wie ein Palast. Ah, ah, da hätten tausend Dinas reingepasst. Oh, ich hab's total vergessen. Dieser Platz ist wirklich eine riesige Maschine. Innen, größer als draußen. Uh, oh. Was? Was machen wir? Warum hast du so ein Gesicht? Wir haben keine Wahl. Bitte, berühr nichts, Ariel. Xeride. Ich kann nicht glauben, dass du das eben gesagt hast. Ach, wir können nicht aufgeben, wir haben bereits so hart versucht. Yeah. Wir müssen bloß beten, dass Gunwald nicht auseinanderbricht. Och, kommt schon. Jetzt sag mir einfach, was ich tun soll. Fürst, setz dich hin. Och, witzig, die haben immer noch Angst, dass Ariel alles kaputt macht mit ihrer Anti-Maschinenkraft. Gunwalds, äh, Basisfähigkeiten funktionieren immer noch. Äh, die Hauptgedankenroutinen funktionieren immer noch nicht. Hm, okay, gut. Brauchen wir Programmierer? Ja, gerade wenn wir fertig waren, da kam so ein komischer Ritter und hat angefangen, Ärger zu machen. Was? Ah, ich liebe es, wenn sie das immer so sagt, als wäre das eine Überraschung. Er ist vollkommen durchgedreht und Gabriel musste ihn aufhalten, während wir reingegangen sind. Keine Sorge, ihm geht's gut. Falls er noch am Leben ist. Konzentrieren wir uns auf Borgren. Wenn du das so sagst. Was ist mit Gunwald? Naja, nun ja, Gunwald kann nicht selbst funktionieren, aber wir können ihn kontrollieren wie ein riesiger Battlematch, also kein Problem. Nun, ich helfe auch, denn ich bin eine Karriere und kann das besser als so ein dummer Mensch. Aber wir müssen ja tun, was ich, sagen, was ich zu tun habe. Warum ich? Nun, wir müssen ja hier die Anzeigen, äh, beobachten. Moment mal, soll ich auch irgendwas tun? Ich hoffe nicht. Dina, du musst die Waffensysteme bedienen. Ja, genau. Die Unfähigste bedient das Wichtigste. Das ist es. Genauso habe ich das erwartet. Hey, Moment. Das klingt nach Arbeit. Keine Sorge, Dina, ich bin hier zusammen mit dir. Los. Oh, I don't think so. Oh, nein, das wird nicht funktionieren. Oh, jetzt kriege ich die Depression. Ich will das nicht machen. Nein, da hieks. Und da ist wieder Engel-Version. Ha, ihr könnt auch nicht zählen. Keine Sorge, ich werde es schon rausfinden. Also, los, Haufen Amateure, vorwärts Marsch. Wir machen das für Borgrim und für das ganze Dorf. Wir müssen zusammenarbeiten. Los, jetzt, wir können das. Yeah. Los, Gunwald. Oh, ja, wow, Mechakampf hier. Psch, psch, aus, aus. 30.400 gegen 800. Gunwald Laser. Ach, komm, ha, das Ding ist sowas von unresponsiv. Okay, das war schlecht. Jetzt versuchen wir es mal in die richtige Richtung und hoffen, dass wir es jetzt nicht verpatzt haben. Na, das bringt doch was, na also. Na, gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht noch ein zweites Mal zu machen, ne? Ach, das war's schon. Ach, oix. Ach, ouch, ouch. Ah, 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 block mal ein bisschen schneller. Ah, ah, das ist hier so langsam, blong, blong. Bonk. Ah, man, ey. Blonk. 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 Oh man, das ist doch, ah, das langsamste Mecha-Duell, das ich je gesehen habe. Es ist, als würden wir alles in Zeitlupe machen hier. Oh wow, dabei habe ich noch geblockt. Ich glaube, der Treffer hat uns umgeworfen, wenn wir nicht aufgepasst hätten. Oh man, Mann. Er braucht immer volle drei Minuten, bis er mal schwingt oder blockt oder irgendwas macht. Arg. Oh, wenigstens haben wir jetzt gewonnen. Oh wow, ey. Das war ja mal was anderes, aber konntet ihr das nicht ein bisschen schneller machen? Oh. Oh yeah, wir haben's geschafft. Gunwald ist so cool. Er ist zwar so langsam wie Molasse, aber cool. Ja, das Dorf ist gerätet. Ja wow, ey. Wir haben gerade ein Riesenduell, die haben wir mit 300 Meter großen Viechern durchgeführt, aber ey, das Dorf ist es. Ah ne, Moment, wir müssen jetzt den bösen Geist vertreiben, genau. Und hoffen, dass wir niemanden zertrampelt haben während unserem Duell. Oder die Riesenlaser, die wir in zwei verschiedene Richtungen abgefeuert haben. Wir müssen einfach Borgrimpfen daran zu hindern, irgendwo hinzugehen. Und ihr geht raus und besiegt den Geist. Got it, Commander. Muss ich auch gehen? Oh nein! Wir gehen nach draußen, richtig. Besser als hier drin, eingeschossen zu sein. What's that? Ich öffne die Schleuse und ihr geht raus und besiegt den Geist. Warte, Gedan versucht irgendwas mit seiner Beschwörungskreatur. Ah, keine Angst. Ich kann das, aber ich kümmere mich drum. Lass das einfach zu mir. Und Duell Nummer 2. Keine Angst, ich hab Kettensägenschwerter hier. Autsch. Wechseln wir mal. Aha. Zur Kreissägenaxt. Autsch. Naja. Zielen will gelernt sein, was? Aber hey, Autsch. Jetzt hab ich aber genug. Oh, komm her. Oh, ich hasse fliegende Viecher. Aber wenigstens treffen wir es. Jetzt muss ich nur noch wieder lernen, mit der Steuerung umzugehen. Ah, Stürm, du verdammtes Viech. Jetzt bist du dran. Autsch. Er richtet nicht viel Schaden an, aber er nervt. Oh, Autsch. Oh, ich hab einfach nicht genügend Zeit, irgendwas zu machen. Ugh. Zumindest die stärkeren Zauber nicht. Ah, Mann, steh auf. Ah. Ah. Dann klopf ich eben so mit einer Axt auf dich rein. Naja, jetzt hauen wir dich. Jetzt haben wir dich. Jetzt müssen wir nur noch auf dich einschlagen, bis irgendwas kaputt geht. Ah, ja. Ah, Metallviech gegen Kreissägenaxe, das passt auch wie die Faust aufs Auge. Autsch. Ich wünschte nur... Ah. Ah, Gott. Ha, 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 ha. Autsch. Das funktioniert anscheinend nicht so gut. Autsch. Autsch. Ah, dann konzentriere ich mich aufs Heilen. Gut, dass meine Waffe so unglaublich stark ist, sonst hätte ich mir hier Sorgen machen müssen. Ah, wow, direkt während einem kritischen Treffer abgewehrt. Ah, Block schneller! Oder Block mal wenig... Ah, zu spät, jetzt ist das Viech schon besiegt. Von wegen, das ist eine riesige Kreissägenaxe, dann hast du das Ding zerschnetzelt und dann hast du noch fast 80 Prozent... Ah, egal. Mehr Selbstvertrauen, Lady, sag ich nur. Ha, gewonnen! Ha, zerschnetzelt! Wow, was für eine Erleichterung! Das war leichter als erwartet. Ah,